Die Unlimited Users Hallo Leute, ich bin der Dion Random und ich bin auch einer von den Unlimited Usern und ich bin relativ neud bei YouTube, deshalb, ihr seht's vielleicht, ich bin unter einer Bettdecke und ich weiß halt noch nicht ganz genau, ob das YouTube-Ding eigentlich irgendwas für mich ist. Ich bin im Moment auch ein bisschen kränklich, deshalb weiß ich noch nicht ganz genau, was ich alles jetzt hier hochladen werde. Generell mache ich eher schlechte Videos, aber man kann ja auch mal in der Zukunft gucken, ob man da irgendwie was, vielleicht wenn die anderen hier da unter die Arme greift, nicht jetzt direkt, aber vielleicht können die mir ja ein bisschen Tipps geben oder ihr in den Kommentaren. Also, wenn euch irgendwas einfällt, was ich machen kann, also ich muss dazu sagen, so ziemlich kann ich halt gar nichts machen, aber, ja, wir sehen uns.